Hallo bei Selbstorientiert! Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt von uns für euch. Das folgende Video ist für euch ein Zusammenschnitt aus dem Wichtigsten, was für euch relevant ist, nachdem ihr auf dieses Video geklickt habt. Dabei ist das gesamte Video jetzt in der Infokarte verlinkt und folgt auch nachdem ihr den Ausschnitt aus diesem Video gesehen habt. Viel Spaß beim Video! Starten wir jetzt aber mit den Tonstufen und Akkorden und auch hier versuchen wir das Ganze ein bisschen runterzubrechen. Und zwar ist es so, dass Tonstufen ja erstmal grundsätzlich in römischen Zahlen dargestellt werden. Dabei sind diese immer relativ zum Grundton. Das heißt, wenn ihr ein C habt, dann ist das die erste Grundstufe und wird mit einem I praktisch dargestellt, also einer römischen 1. Dann, die zweite Tonstufe wäre ein D, die dritte Tonstufe ein E, die vierte ein F und die achte wäre dementsprechend wieder ein C. Also, Tonstufen werden stets mit römischen Zahlen dargestellt Die römischen Zahlen sollten euch bekannt sein und sie werden stets relativ zum Grundton erwähnt. Dabei ist es ganz wichtig, dass man bei den Tonstufen und Akkorden stets zwischen Dur und Moll unterscheidet beziehungsweise zwischen der Dur-Tonleiter und der Moll-Tonleiter. Wir wollen zuerst mal auf die Dur-Tonleiter eingehen. Die ist etwas häufiger. Sie startet mit einem C. Dabei ist Dur, der Dur-Akkord, eine große und eine kleine Terz. Das heißt, hier müsst ihr auf die erste, vierte und fünfte Stufe achten. Dann gibt es eine Moll-Ton, beziehungsweise die Dur-Tonleiter bei der Moll-Akkord ist dann kleine und große Terz. Das heißt, hier geht ihr auf die zweite Tonstufe, dritte Tonstufe und die fünfte Tonstufe. Und dann geht es noch um die verminderten Akkord und dieser ist eine kleine und eine kleine Terz und befandelt sich mit der siebten Tonstufe. Das Ganze gibt es auch nochmal für die Moll-Tonleiter, die ist allerdings weniger häufig vorkommend. Insbesondere wird sie in tragischen Stücken beziehungsweise in traurigen Stücken angewendet. Das heißt, dementsprechend solltet ihr euch da auch drauf fokussieren. Die Moll-Tonleiter hat dabei den Moll-Akkord mit der ersten, vierten und fünften Stufe wieder mit einer großen und kleinen Terz, die Dur-Tonleiter mit der dritten, vierten und sechsten Stufe und einen verminderten Akkord mit der zweiten Tonstufe. Und damit schließen wir jetzt auch den Highlight-Part ab. Das heißt, wir haben euch jetzt den Zusammenschnitt gezeigt, der für euch wichtig sein sollte, nachdem ihr ja auch das Video geklickt habt und dieses Thema auch sehen wolltet. Falls ihr aber trotzdem noch dranbleiben wollt und mehr über das Thema erfahren wollt, ja, dann macht das doch einfach, denn jetzt geht es tatsächlich weiter mit dem gesamten Video, was wir darüber gemacht haben. Viel Spaß damit und los geht's! Grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass Intervalle einfach eine Unterscheidung eines Tonhöhenabstands sind. Das heißt, Intervalle sind Tonhöhenabstände zwischen verschiedenen Tönen und dazu unterscheidet man ganz verschiedene. Insgesamt gibt es 15 verschiedene Intervalle. Dabei ist es schon mal ganz wichtig, nur die ersten 8 sind wirklich die, die richtig häufig vorkommen und die letzten beiden, die 9. und 10. der Intervalle sind eher selten, aber können dennoch vorkommen. Deswegen werden wir die auch nochmal beachten. Dabei ist es so, dass wir hier das Ganze ein bisschen versucht haben, runterzubrechen und deswegen benennen wir einfach mal die Intervalle, die es gibt, ganz grundsätzlich. Und zwar gibt es die Prime, die Sekunde, die Terz, eine Quarte, eine Quinte, eine Sechste, eine Septime und eine Oktave. Darüber hinaus, und das ist jetzt weniger relevant, das heißt, wenn ihr nur das Wichtigste lernen wollt, lasst das eher weg, aber ich nenne es trotzdem, gibt es die None, die Dezime, die Unedezime, die Duodezime, die Tredezime oder Terzdezime, das wird in der Literatur simultan verwendet, und dann gibt es die Quadezime, genauso wie die Quintdezime. Also diese 15 Begriffe gibt es und ihr seht schon, wir haben in den Klammern jedenfalls bei den ersten 8 etwas dahinter geschrieben, was ganz wichtig ist, was man sich merken sollte, was ihr aber jetzt darüber hinaus nicht weiter verstehen müsst, versucht einfach euch zu merken, was wir jetzt euch sagen. Und zwar ist es bei der Prime so, dass es nur eine reine Prime gibt. Bei der Sekunde hingegen hat man die kleine und große Sekunde und auch bei der Terz hat man die kleine und große Terz. Bei der Quarte und Quinte dagegen ist das nicht so, denn bei der Quarte gibt es eine reine Quarte und eine übermäßige Quarte. Und im Kontrast dazu gibt es bei der Quinte eine reine Quinte und eine verminderte Quinte. Ebenfalls gibt es bei der Sechste die kleine und große Sechste und bei der Septime ebenfalls die kleine und große Septime. Und das bezieht sich immer auf die Halbtonschritte. Was ist ein Halbtonschritt jetzt? Letztendlich müsst ihr messen, wie ein Halbtonschritt abläuft. Das heißt, dabei ist es ganz wichtig, dass ihr euch stets die benachbarte Taste anguckt. Das heißt, wenn ihr euch jetzt ein Klavier vorstellt, eine Klaviertastatur vorstellt, dann habt ihr ja weiße und schwarze Tasten. Und wenn wir uns jetzt einfach mal das C angucken, dann liegt das ja direkt neben der weißen Taste des Ds. Dazwischen liegt ja aber noch eine schwarze Taste und die kann ein Cis oder ein Des sein. Und wenn ihr das dann habt, dann wisst ihr, okay, wenn ich zu dem D, also zu der nächsten weißen Taste kommen muss, dann muss ich zwei Halbtonschritte gehen. Nämlich einmal zu der schwarzen Taste, das ist der erste Halbtonschritt zum Cis und dann noch einen weiter zum D, also der zweite Halbtonschritt. Und dementsprechend könnt ihr euch dann auch erklären, was diese Nummern bedeuten, die wir da hintergeschrieben haben. Das heißt, bei der Prima, da das immer ein Intervall ist, was genau dieselbe Ton ist, das heißt, ihr spielt zweimal hintereinander den selben Ton, das ist eine Prima, dann müsst ihr dementsprechend keinen Halbtonschritt gehen. Sekunden müsst ihr entweder einen oder zwei Halbtonschritte gehen, das heißt, bei einer kleinen Sekunde ein, bei einer großen Sekunde zwei, bei einer Terz müsst ihr entweder drei oder vier gehen, bei einer Quarte fünf oder sechs Halbtonschritte, bei einer Quinte sind es sogar sieben oder acht Halbtonschritte. Wichtig ist allerdings zu erwähnen, dass bei der Quarte und Quinte durch das übermäßig beziehungsweise verminderte es viele Ausnahmefelde gibt, deswegen versucht, das eher zu vermeiden in der Bestimmung, das ist etwas komplizierter, müsst ihr euch natürlich noch mal weiter informieren, falls es von eurem Lehrer explizit gewünscht ist, dass ihr Quarten und Quinten könnt. Kleine und große Sechsten werden mit dem neunten und zehnten Halbtonschritt bestimmt und Septimen mit zehn und elf und eine Oktave ist ja wieder ein reines Intervall, das heißt, da habt ihr nur die Bestimmung mit zwölf ganzen Halbtonschritten beziehungsweise zwölf Halbtonschritten. Also, so könnt ihr das messen und wir dachten uns, wir machen vielleicht noch mal ein Beispiel, um das Ganze ein bisschen klarer zu machen. Vielleicht ist es sogar hilfreich, wenn ihr euch jetzt mal kurz eine Klavier-Tastatur auf euer Blatt malt, falls ihr das machen wollt, dann geben wir euch jetzt ein bisschen Zeit dafür und damit würde ich sagen, hoffentlich hat jeder von euch jetzt eine Klavier-Tastatur oder wenn nicht, dann könnt ihr euch das natürlich auch so vorstellen. Wir gucken uns jetzt erst mal das Beispiel von dem Ton C auf E an. Das heißt, in diesem Fall wären es ja vier Halbtonschritte. Versucht das einmal an der Tastatur nachzuvollziehen. Halbtonschritte sind wie gesagt immer, dass ihr von einer weißen auf eine schwarze auf eine weiße geht. Das sind dann zwei Halbtonschritte. Also, der Schritt von der weißen auf die nächste Taste ist immer ein Halbtonschritt. Wenn ihr natürlich eine weiße neben einer weißen Taste habt, dann ist das auch ein Halbtonschritt, weil ja da keine Taste zwischen ist. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie viele Halbtonschritte wir denn machen müssen. Wenn wir von dem C auf das Cis gehen, dann haben wir den ersten Halbtonschritt, also auf die erste schwarze Taste. Dann gehen wir von dem Cis auf das D. Das ist der zweite Halbtonschritt. Dann gucken wir, okay, was ist der nächste, die nächste Taste, die wir da sehen. Und dann fällt auf, okay, die nächste Taste ist das Dis. Das heißt, wir gehen auf die nächste schwarze Taste. Und dann gehen wir noch mal auf die nächste Taste, vom Dis auf das E. Und das ist dann der vierte Halbtonschritt. Und dementsprechend gucken wir dann in unserer Tabelle. Und da sehen wir, okay, das ist eine große Terz. Vier Halbtonschritte sind eine große Terz. So könnt ihr die Halbtonschritte zählen. Das machen wir jetzt auch noch mal ganz einfach für das Beispiel E auf A. Das heißt, ihr guckt euch erst mal an, wie die einzelnen Schritte zwischen E und A sind. Dann fällt auf, okay, wenn ihr das genauso macht, wie wir es gerade bestimmt haben, sind das fünf Halbtonschritte. Und dementsprechend haben wir dort eine reine Quarte vorliegen. Das heißt, von E auf A ist eine ganz klassisch reine Quarte. Und damit möchten wir das Bestimmen der Intervalle auch schließen. Wir möchten aber erwähnen, natürlich gibt es noch viel, viel mehr, was man dazu machen kann. Und man kann das noch viel genauer bestimmen mit den einzelnen Halbtonschritten. Es gibt da noch viel genauere Methoden. Meistens ist es so, dass ihr in der Schule mit diesem Basiswissen, was wir euch jetzt hier gezeigt haben, sehr weit kommt. Und dementsprechend hoffen wir, dass euch das gefällt. Falls ihr da noch Ergänzungen habt und Fragen habt, stellt die unbedingt in den Kommentaren. Ein sehr schwieriges Thema. Wir wissen das. Und wir würden uns freuen, wenn wir mit euch in den Dialog gehen. Das war es jetzt mit dem Video von Selbstorientiert. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr uns unterstützen wollt, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch abonnieren. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder auf unserem Kanal wiedersehen. Bis dahin, haut rein und ciao.